Hallo liebe Familie überall auf der Welt. Wir sind so begeistert über den kommenden Call, die Vorbereitung, der vier individuelle Segmente hat vom Laubhüttenfest. Wir sind in einer Zeit, in der die Gegenwart Gottes zunehmen möchte, hier auf der Erde, so wie es das noch nie vorher gegeben hat. Der Herr hat diesen Planeten nie verlassen. Seine Gegenwart war immer hier. Und er will, dass es zunimmt, weil die Erde sein Erbe ist. Und er will es zurück mit all den Menschen, die ihre Herzen ihm unterordnen. Überleg dir mal, ein wahrer Hausbesitzer wird sein Haus nie verlassen, sogar wenn es durch Fluten, Kriege oder sowas zerstört wurde. Er wird alles daran setzen, dass sein Eigentum wiederhergestellt wird. Bedenke, wie Jesus auf der Erde gegangen ist, zwischen politischen und anderen Schwierigkeiten und wie es ihm möglich war, dass er da drüber stehen konnte, über allen politischen Schwierigkeiten, sogar unter seinen Jüngern. Da gibt es einen höheren Weg. Es gibt den höheren Weg des Königreiches. Es gibt einen höheren Weg, Salz und Licht zu sein und Liebe jedem zu geben, der es braucht. So bitte seid mit uns dabei in dieser Zeit der Vorbereitung, sodass wir unseren Herrn willkommen heißen können.